Die Woche war wahrlich nicht arm an Irrsinn, aber das Allerirrsinnigste war in meinen Augen zweifellos. Die Englischste war in meinen Augen zweifellos. Die Englischste war in den letzten Jahren nicht arm an Irrsinn, die Englische Rede unseres Entwicklungshilfeministers Gerd Müller beim Global Citizen Day. Hey, what a party. Let's change the world. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you. I'll be loved here to be with you. I love you all. Thank you. I love you all. Er war halt auf dem Allsprachlichen. I love you all. Ich dachte, Michael Jackson ist wieder da. Gleich macht er den Moonwalk. Nein, ich gebe zu, es war jetzt etwas schwer zu verstehen. Deswegen will ich Ihnen die wichtigsten Passagen ganz kurz übersetzen. Bitte. And we all in the world, we have a one common vision. Wir sind die Welt, wir sind gekommen, um zu wischen. A world without hunger. Wir wollen eine Welt ohne Hangars. Let's watch the message of the German Chancellor, Angela Merkel. Wie kann man das sagen? Let's watch, let's watch ... Wir kriegen alle Watschen von Angela Merkel. Gerd Müller, was für eine Karriere. Noch letzte Woche gehörte Gerd Müller zu den Typen in Berlin, von denen selbst die eigene Ehefrau sagt, dieser Politiker ist mir unbekannt. Jetzt spricht alle Welt über ihn. Und ganz ähnlich ist es einem Spielplatz in Bad Segeberg ergangen. Auch diesen Spielplatz kannte bis vor kurzem keine Sau. Inzwischen hat er es aber geschafft. Ja, er hat es tatsächlich zu überregionaler Bekanntheit gebracht. Eigentlich haben sie es nur gut gemeint. Der Lions Club Bad Segeberg und sein Präsident. Dieser Kletterfelsen für Kinder ist ne nette Spende. Leider sieht das Ding irgendwie aus wie ... Geben Sie's zu. Dann gebe ich zu, dann kann man da auch ein männliches Körperteil, sprich ein Penis draus sehen. Also von hier aus nicht. Aber von hier betrachtet wirkt der Spritzbeton irgendwie anreichend. Wir hatten ursprünglich vor, und ich glaube, wir haben es auch weitestgehend verwirklicht, ein einmaliges Spielgerät zu schaffen. Etwas, was es sonst nicht so gibt. So ein Kletterpenis ist schon ein einmaliges Spielgerät. Gibt's garantiert noch nicht. Ganz Bad Segeberg ist auf den Beinen und scheint, ähm, leicht erregt. Wirklich wie ein Penis. Das wird der Dödel von Segeberg genannt. Unmöglich, ja. Da sind auch die Kerbe oben drin. Da kommt Bürgermeister Dieter Schönfeld. So ein Kletterpenis ist klar Chefsache. Schließlich haben ihn schon Touristen gefragt. Wo geht's hier zum Penis von Bad Segeberg? Na sowas. Und was haben Sie gesagt? Ich seh keinen Penis, nein. Und dass Kinder auch keinen Penis sehen, will uns der Bürgermeister jetzt beweisen. Was seht ihr denn da? Felsen. Ein Felsen, ne? Und ihr findet den auch schön? Oder habt ihr Sorge, dass das euch verdirbt, wenn ihr da drauf guckt? Nein, ne? Gut, die Kinder haben also keine Angst vorm Kletterpenis. Aber trotzdem will der Lions Club noch mal Hand anlegen. Zusätzlich werden sie auch noch wahrscheinlich die Flex in die Hand nehmen und etwas wegnehmen, sodass diese Perspektive gänzlich anders aussehen wird. Oh nein, der Peniseindruck soll weg? Der Peniseindruck soll weg, genau. Und deshalb kommen extra zwei Spritzbeton-Experten aus Süddeutschland, um den Kletterpenis zu beschneiden. Ali, würdest du vielleicht noch eine Leiter holen? Nee, das müssen wir. So, hier oben noch ein bisschen was weg. Ja. Und da unten noch ein bisschen was dazu. Und jetzt die Abnahme mit der Pastorin. Also ein Phallus wäre jetzt wirklich nicht meine erste Assoziation, wenn ich dieses Teil sehe. Ich hab da auch grundsätzlich keine Berührungsängste mit. Na dann. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Sie gewächst größten touristischen Höhepunkt. Ein Film von Martina Rothschild. Von einem Skandal geht es zum nächsten Skandal. Auch wenn man die Skandale nicht sofort miteinander vergleichen kann. Jetzt hab ich sofort gesagt. Wir fangen nochmal an mit Applaus. Komm, noch einmal. Einmal. Die Zeit haben wir jetzt auch. Ne? So. Von einem Skandal geht es sofort zum nächsten Skandal. Auch wenn man die Skandale nicht so miteinander vergleichen kann. Es gibt wieder mal einen Geheimdienst-Skandal in Deutschland. Inzwischen haben wir ja Erfahrung damit. Und wie wir jetzt lernen mussten, hat die NSA unseren armen BND hemmungslos benutzt. Jawoll. Benutzt und missbraucht. Ja. Man muss es so formulieren. NSA und BND arbeiten ganz eng zusammen. Ganz, ganz eng. Sie arbeiten so eng zusammen. Es gibt schon eine neue Image-Kampagne. Hier. Wir sind eins. NSA und BND. Sie sind natürlich ein ungleiches Paar. Machen wir uns nichts vor. Der BND sollte einfach liefern. Der war das Zalando.de unter den Geheimdiensten. Haben die Amis erwartet. Und dem BND-Chef Gerhard Schindler ist die Sache deshalb auch einigermaßen peinlich. Hören Sie mal genau hin, wie er auf die Frage reagiert, ob der BND Daten an die NSA weitergegeben hat. Haben Sie Daten an die NSA weitergegeben? Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir verlieren ein bisschen an Zeit. Und deshalb müssen wir uns jetzt auf den Weg zu den Antennen machen. Guck mal ein Eichhörnchen. Auf den Weg zu den Antennen. Fakt ist, die Amerikaner wollten vom BND alles Mögliche wissen. Die wollten Informationen über den Rüstungskonzern EADS zum Beispiel. Oder den Hubschrauberhersteller Eurocopter. Vermutlich, um endlich mal zu verstehen, wie man Hubschrauber vom Typ NH90 baut, die nicht abheben können. Jetzt kam raus, das Kanzleramt hat offenbar seit 2008 Bescheid gewusst, aber nichts unternommen. Und Angela Merkel stellt sich jetzt hin und sagt, sie will alles aufklären. Als nächstes erzählt sie uns, ja, ich hatte doch auch die letzten sieben Jahre so ein komisches Gefühl irgendwie. Doch, jetzt fällt es mir auch wieder ein, jedes Mal, wenn ich meiner Mutter am Telefon alles Gute zum Muttertag gewünscht habe, sagte Barack Obama aus dem Hörer, ja, auch von mir. Komisch, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich vermute, das Kanzleramt hat sich in trügerischer Sicherheit gewiegt, weil 2013 ja bereits unser bester Mann nach Amerika gereist war und die Sache geklärt hatte. Ja, natürlich, Sie erinnern sich, der damalige Kanzleramtschef Ronald Pofalla. Wissen Sie noch, oder? Ich weiß, was du vorletzten Sommer gesagt hast. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Und jetzt habe ich einen schrecklichen Verdacht. Könnte es sein, dass die Amerikaner unseren Ronald Pofalla überhaupt nicht ernst genommen haben? Es hieß doch, er habe damals auf Augenhöhe Gespräche geführt. Also, wahrscheinlich mit dem Hausmeister. Und trotzdem haben die Amis einfach weiterspioniert. Wie dreist kann ein Bündnispartner eigentlich sein? Wir haben dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben. Ich begrüße nun unseren Statistikexperten Klaas Butenschön. Danke, Christian. Wir haben zunächst die deutschen Politiker im Bundestag befragt. Unsere Frage lautete, welche Konsequenzen müssen aus der BND-Affäre gezogen werden? Darauf hat leider nur einer der Politiker geantwortet. Er sagte, schade, dass wir die Stasi nicht mehr haben, da wäre das nicht passiert. Aber nennen Sie bitte nicht meinen Namen, schreiben Sie einfach Bregor Bisi. Ja, und danach haben wir dann den BND befragt. Wir wollten von den Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes wissen, wie konnte es eigentlich zu der Affäre kommen. Darauf sagten 21 Prozent, keine Ahnung, wir sind der BND, wir erfahren immer alles als Letzte. 34 Prozent meinten, wir haben den Amerikanern definitiv nichts verraten. Wie auch, wir können ja gar kein Englisch. Und 45 Prozent sagten, das war ein ganz normaler Austausch unter den Geheimdiensten. Wir geben den Amis Information und die uns die neue Staffel von Game of Thrones. Und zum Schluss haben wir dann den amerikanischen Geheimdienst NSA befragt. Wir wollten wissen, wie schätzt die NSA die Zusammenarbeit mit dem BND ein? Darauf sagten 19 Prozent, BND, als Geheimdienst eine Niete, aber nicht schlecht als Telefonauskunft. 27 Prozent meinten, wir lernen sehr viel vom BND, vor allem wie man es nicht macht. Und 52 Prozent sagten, wieso fragen Sie mich das am Telefon? Sie brauchen doch bloß in Ihre Blumenvase zu sprechen, dann antworte ich aus der Zimmerpalme. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas. Thomas de Maizière. Thomas de Maizière ist im Moment der sicherlich umstrittenste Minister des Bundeskabinetts. Auch er hat von dem BND-Skandal gewusst. Damals war er ja Kanzleramtsminister und damit zuständig für die Geheimdienste. Er hat aber nichts gesagt. Nun, er ist ja ein etwas introvertierter Typ. Deshalb ist er wahrscheinlich auch dann Innenminister geworden. Bei ihm geht das alles mehr nach innen. Allerdings ist er schon häufiger negativ aufgefallen. Als Verteidigungsminister hat er ja vor Jahren das G36 angeschafft. Jawohl. Shitty woman. Und er war längst informiert. Er war längst informiert, dass es sich mit diesem Gewehr, ja wie soll man sagen, dass es sich offenbar damit so verhält wie mit den Luftgewehren auf der Kirmes. Sie wissen, man zielt auf die Rose, trifft aber die dicke Frau an der Losbude 50 Meter weiter rechts. Unvergessen auch die Eurohawk-Drohne, die er damals in Amis abgekauft hat. Die durfte leider nicht fliegen, weil sie kein Kollisionsschutzsystem hatte. Nicht mal eine Hupe, um andere Flugzeuge zu wahren. Gar nichts. Und schließlich hat de Maizière auch beim Thema Flüchtlinge in den vergangenen Tagen eher, sagen wir mal, unglücklich agiert. Kurzum, Thomas de Maizière ist der Mann für gewisse Affären. Nun steht er in der Kritik und da kann man mal sehen, was der für ein langfristig denkender Stratege ist. De Maizière, ein Taktikfuchs vom Schlager eines Jürgen Klopp. Jawohl. Am Ende geht das alles auf. De Maizière hat offenbar geahnt, dass er selber mal in die Schusslinie geraten würde und hat in weiser Voraussicht das G36 angeschafft, damit der Schuss daneben geht. Ob ihn das retten wird? Ich weiß es nicht. Ich fürchte eher nicht. Dennis Kaut und Jesko Friedrichs haben eben schon mal einen Abschiedssong geschrieben. Guten Tag allerseits. Hier, hier, hier. Wir haben mal bei einem Geburtstag einen Spieleabend gemacht und da haben wir, Mensch ärgere dich nicht, mal so richtig die Sauber ausgelassen. Du warst Chef vom Kanzleramt, Kontrolleur des BND, hast du wirklich nicht erkannt. Uns belauscht die NSA und bei der Truppe hast du auch nichts hingekriegt. Das geht überhaupt nicht. Die Brüschi hasst dich, doch das juckt dich alles nicht. Deinen Ruf, den hast du schon, mit nem Schiefgewehr verloren. Und die Sache mit den Drohnen, die flog dir um die Ohren. Mr. Hardcore bei der Flüchtlingspolitik. Das ist auch gut und schön. Der Betonkopf, der jetzt auf die Mütze kriecht. Der Dürm ist, yeah, yeah, yeah. Der macht's uns schwer, schwer, schwer. Denn wenn er aufklären muss, dann sagt er. Jetzt ist Schluss. Und zu dem ganzen Fusch bläst er uns einen. Du-Tub-Ru-Ch. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Es knarzt nicht nur bei de Maizière, insgesamt habe ich das Gefühl, dass bei der GroKo insgesamt so ein bisschen die Luft raus ist. Die Spitzenmenschen der Koalition haben sich die halbe letzte Nacht um die Ohren gehauen und am Ende so gut wie nichts Neues beschlossen. So gut wie nichts ist nur übertrieben. Ich würde sagen, es war überhaupt gar nichts. Sechs Stunden Koalitionsgipfel von Montag auf Dienstag waren absolut ergebnislos. Mindestlohn, Energiepolitik, Bund-Länder-Finanzen, all die wichtigen Themen wurden vertagt. Man könnte sagen, Berlin vertagt bei Nacht. Das wäre doch mal eine Fernsehserie. Auch der umstrittene Pflege-TÜV. Es gab keine Einigung in Sachen Pflege-TÜV. Die Union möchte ihn ja abschaffen, die SPD doch noch behalten. Die deutschen Pflegeheime, Sie haben es mitbekommen, sind ja jetzt geprüft worden und haben bei diesem Pflege-TÜV hervorragend abgeschnitten. Ja, überwältigend. Die Gesamtnote war 1,3. Toll. Hat aber damit zu tun, dass man bei der Bewertung von Heimen verschiedene Kategorien gegeneinander aufrechnen kann. Das hier zum Beispiel. Da fließt die fachgerechte Wundversorgung genauso ein wie die attraktive Gartenbepflanzung. Ja, ist so. Und eine schlechte Benotung beim Kriterium sachgerechter Umgang mit Medikamenten kann ausgebügelt werden durch einen sehr gut lesbaren Essensplan. Außerdem fließt die Befragung der Bewohner nicht in die Gesamtnote mit ein. Kurz gesagt, man fällt eher beim NRW-Abitur durch als bei diesem Pflege-Benotungssystem. Ich glaube sogar, wenn man diesen Kriterienkatalog auf Strafgefängnisse in Nordkorea anwenden würde, die würden sogar mit 1,0 abschneiden. Warum es in deutschen Pflegeheimen so falsch läuft, das kann uns eigentlich nur ein Mensch beantworten. Die Seniorenresidenz Happy End in Hennstedt-Ulzburg. Wir treffen Johannes Schlüter, geschäftsführender Leiter und selbsternannte Gute Seele des Heims. Uns ist es wichtig, unseren Gästen hier ein echtes Zuhause zu geben. So, Frau Lotze, ihr Gebiss. Und das alles zu einem fairen Preis. Ich hab Durst. Und da müssen wir natürlich hier und da ein bisschen sparen. Schlüter achtet darauf, dass sein Pflegeheim ordentlich Profit erwirtschaftet. Sein Motto? Rentner müssen sich rentieren. Also wenn wir jetzt total viel Zeit in die Pflege stecken würden, das zahlt uns keine Krankenkasse. Und deswegen müssen die Pfleger, die bei uns arbeiten, richtig fix sein. So, Frau Jensen, dann wollen wir mal. Hier bei Herrn Scharfbäcker müssen Sie einmal waschen, Windel wechseln, Fingernägel schneiden, anziehen und drei Minuten Zähne putzen. Dafür haben Sie insgesamt eine Minute Zeit. Und los. Und stopp. Naja, so richtig ordentlich sieht das jetzt aber... Fantastisch. Fünf Sekunden, das ist Rekord. Sie haben den Job. Ja, es gibt aber auch Fälle, da nimmt sich der Pfleger schon ein bisschen mehr Zeit. Hier, hören Sie mal. Ganz gemütlich miteinander schnacken, ne? 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 Aus Zeitgründen werden Essen und Medizin gleichzeitig verteilt. Das bedeutet, es gibt jeden Tag Pharma-Schinken. Fakt ist doch, die Pflegekräfte werden richtig schlecht bezahlt. Und sie müssen sich um zu viele Heimbewohner gleichzeitig kümmern. Ja, vielleicht. Aber dafür haben wir schon ne Lösung. Kommen Sie mal mit. Um die Pfleger zu entlasten, müssen unsere Heimbewohner halt ein bisschen mithelfen. Schicken Sie das Essen auf Rädern los. Super. Vorsicht mit der Treppe. Und unser Herr Takahashi hat sogar einen Busausflug organisiert. Ganz ohne Benzingeld. Ja, parken Sie den Bus mal hier. Johannes Schlüter. Ein Mann macht gepflegt Profit. Ein Film von Dennis Kaupp und Jesko Friedrich. Früher war das alles überhaupt kein Thema. Pflege, das hat früher die Familie übernommen. Die Pflege, heute kann man davon nicht mehr ausgehen. Also ich und viele meiner Generation, die fragen sich schon, Pflege in der Familie, Tja, wenn ich mal 80 bin, schaffen das Mama und Papa dann überhaupt noch. Also besser gesund leben, damit man lange fit bleibt. Aber Vorsicht, das mit der Ernährung kann auch religiöse Züge annehmen. Bei einigen Leuten heißt es, mein Körper ist ein Tempel. Und man kann auch niemanden mehr zum Essen einladen, ohne sich vorher nach der Religionszugehörigkeit zu erkundigen. Der eine hat die Religion, der andere die. Die einen sind römisch-vegetarisch, die anderen kannivor-orthodox. Da gibt es die reformiert-Veganen und die extrem-liberalen Flexitarier, die in Ausnahmefällen sogar bereit sind, Laktose zu tolerieren. Wir haben heute einen Experten zu Gast, der den Überblick hat, obwohl er seinen Körper nicht wie ein Tempel behandelt, eher wie ein Atomkraftwerk. Hier ist Heinz Struck. Die Frage nach der vermeidlich richtigen Ernährung ist zu einer hochemotionalen Angelegenheit geworden. Ideologisch aufgeladen, sie trägt geradezu militante Züge. Rohkostler gegen Pizza-Fans, Slow gegen Fast Food. Besonders unversöhnlich stehen sich Vegetarier und Fleischfresser gegenüber. Hack- und Innereienliebhaber werden als gefühllose Sadisten diffamiert. Umgekehrt Makrobiotiker als humorbefreite Körner-Nazis verspottet. Für Veganer ist sogar Milch- und Butter-Teufelszeug. Sie ernähren sich ausschließlich von Pflanzen. Eine noch extremere Spielart sind die Frutharier, die ausschließlich Früchte essen. Aber nur die, die der Baum freiwillig hergibt. Also sogenanntes Fallobst. Frutharier halten Veganer für Mörder. Denn auch wenn die Pflanze keinen Mund hat, um zu schreien, erleidet dieses hochkomplexe Lebewesen unfassbare Qualen. Wenn man es zerhackt, zerrupft, vermeimt und bei lebendigem Leib in kochendes Wasser wirft. Was ist denn nun richtig? Trennkost, Rohkost, Schonkost, Kompost? Schauen wir uns einmal die sogenannten Orthorexier an. Zu deutsch, die von gesunder Ernährung Besesse nennen. Wurst, Chips, Käse sind ebenso wie Fett, Zucker und Salz längst vom Speisefrang gestrichen. Döner und Pommes als wörtlich Sterbensmittel verpönt. Acht Liter stilles Wasser sind ebenso Pflicht wie die tägliche Darmreinigung. Babys bekommen keine angeblich verseuchte Muttermilch, sondern in Wasser eingeweichte Puffreiswaffeln. Frage an Sie, klingt das gut? Aber andererseits, wer ungehemmt fettiges Industriefleisch um sich reinstopft, leidet meist schon in jungen Jahren an galoppierender Adipositas. Anders gesagt, Alarmstufe, Rahmstufe. Wir alle kennen die Schockbilder, wo Halbwüchsige unter der Lastmannsgroßer Wopper zusammenbrechen oder Tibis ihren zarten Kindermund so weit über denen, bis selbst ganze Sparmenüs mit einem Habs verschluckt werden können. Wie kann Übergewichtigen also geholfen werden? Es ist wie alle stets Kopfsache. Suggestivfrage für Superdicke. Ist es noch Hunger? Oder schon Appetit? Stellen Sie sich eine Scheibe trockenes Vollkornbrot ohne alles vor. Bock drauf? Am wichtigsten ist Geduld. Über lange Zeit erlernte Ernährungsfehler müssen schrittweise aufgegeben werden. Im ersten Jahr reicht es oft schon, wenn Sie Ihre Cola nicht mehr nachzuckern. Schritt zwei, essen Sie nur Päckchen und Tüten und nicht Ihren Inhalt. Zum Schluss ein Ausblick auf die nächsten großen Ernährungstrends. Da sind zum einen die Free-Garner, auch Müll-Garner genannt, die nur das zu sich nehmen, was andere wegwerfen. Oder die Gothic-Eater, die erst essen, wenn es dämmert. Aber am beliebtesten wird wohl doch die Ping-Pong-Diät, bei der eine Mais halt gerade mal eben so lange dauern darf, wie ein einzelner Ballwechsel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strunk. Und nun von den Körner-Nazis zu den Neonazis. Wir haben ja direkte Szene immer ganz fest im Blick und wir meinen, einen ganz neuen Trend ausgemacht zu haben, nämlich Frauen. Frauen. Männer sind Nazis, Frauen aber auch. Rechte Frauen. Frauen. Gibt es. Die einzigen Glatzen mit vollem Haar. Ja, viele leiden unter SS-Störungen oder gucken Serien wie Rechts in the City. Oder sie lesen Zeitschriften wie Die Braune. Die ist aber wirklich interessant. Ich habe es mir mal angeguckt. Hier, nicht nur Hitlers Hosen, nein. Ganz interessant hier. Brauner Bär, Führertorte und ein Eiserlat. Die schönsten Rezepte von Eva Braun. Schöner Wohnen auf der Wolfschanze. Auch spannend. Oder natürlich hier Mode, Springerstiefel oder Flipflops. Der Look für den braunen Sommer. Also, ich habe mich direkt ein bisschen festgelesen. Wenn das der Führer wüsste. Ich hatte ja gerade Geburtstag. Und zur Feier des Tages habe ich mir ein paar Videos in diesem Weltnetz angeguckt. Dabei bin ich auf diese gesinnungstreue Kameradin von der Dygida gestoßen. Hallo, hier ist die Melanie Dittmer von der Dygida. Hallo, hier ist der Adolf Hitler von der NSDAP. Frau Dittmer, Herr Dittmer. Dann singen Sie mir doch bitte mal ein Ständchen gegen diese Überfremdung des Abendlandes. Aufstehen, rausgehen, unempfehlen, die Wahrheit sehen. Get up, stand up. Hotentottenmusik? Was hat das Mädel sonst noch zu sagen? Für mich ist es völlig unerheblich, ob es den Holocaust gegeben hat oder nicht. Unerheblich, wie bitte? Ob es den Holocaust gegeben hat? Oh, diese jungen Nazifrauen, kein Respekt. Kann ich dann zumindest noch mal den ersten Ausschnitt sehen? Hallo, hier ist die Melanie Dittmer. Danke. Dann dürfen Sie jetzt auch das Schlusswort sprechen. Wahrscheinlich seid ihr für viel mehr als das, wofür ihr entgegen seid. Für viel mehr als das, wofür ihr entgegen seid? Sie sprecht durch Fall, Evolutionsbremse, Montags-Nazi, 16 zu 9 Verweigerin, Bumsbirne, wegtreten! Mit Hitler fing ja auch der ganze Schlamassel bei VW ab. Wie das meist in Deutschland. Irgendwie fing alles mit Hitler an. VW. Hitler beauftragte 1934 das Konstruktionsbüro Porsche, ein Volksauto zu bauen, den Käfer. Dafür wurde VW gegründet. VW wurde am Anfang von Ferdinand Porsche geführt, zusammen mit seinem Schwiegersohn Anton Piech. Der ging dann aus der Geschäftsführung raus und gründete nach dem Krieg die Autofabrik Porsche. Der Sohn von Anton Piech, Ferdinand Piech, wiederum ging von Porsche wieder zu VW. Während sein VW, Wolfgang Porsche, später versuchte VW zur Tochtergesellschaft von Porsche zu machen. Was aber scheiterte, sodass VW am Ende die Mutter von Porsche wurde. Das heißt zusammengefasst, der Vetter vom Sohn, vom Schwiegersohn, wollte die Mutter zur Tochter machen. Sollte Familienstrukturen kennt man sonst nur aus dem Emsland. Jetzt aber. Jetzt hat Ferdinand Piech den Kampf um VW verloren. Das hätte niemand für möglich gehalten, dass der Mann mal geht. Der ist skrupellose und knallharte Patriarch. Man sagt ja, dass der früher bei jedem Wagen, der vom Band gerollt ist, das VW-Logo eigens mit seinen Schneidezähnen ins Blech gebissen hat. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie die Punkte über dem E bei Piech entstanden sind. Klar, übrigens, viele Roboter sollen ja geweint haben, als Piech sein Rücktritt erklärte. Er war immerhin einer von ihnen. So, das war's auch schon von uns. Jetzt kommt ZAPP vorher, wie immer natürlich neulich im Bundestag von Jens Böttcher, Karsten Deutschmann und Henrich Sperling. Bis nächste Woche. Oder wie es unser Entwicklungshilfeminister sagen würde. I love you. Thank you. Wala, 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 wala. Guten Abend. Heute fand überraschend ein erneutes Geheimtreffen des Griechenland. Alexis Piepmatz mit Waldimir Putan in Moskau statt. Ah, du schon wieder. Hab den Ausgang nicht gefunden von deinem Kackpalast. Wir schalten sofort auf den Rutenplatz. Das ist ja aber leider nur ne Fototapete. Hm, sieht ganz schön echt aus. Und haben Sie heute was Interessantes mitbekommen? Ja, ein Salami-Brötchen hab ich von Mutti mitbekommen. Entschuldigung. Komm, wir gehen rüber zur Pressekonferenz. Als Soforthilfe hab ich dem Alexis angeboten, dass alle Griechen auf der Krim wohnen dürfen. Leeres Griechenland kann ich grad gut als Panzerparkplatz brauchen. Nur leider wurde mein Land ja schon von der bösen Frau Merkel und der EZB wegannektiert. Aber zum Glück hat Alexis noch antike Bollenschätze in Athen gefunden. Ja, ich hab auf meinem Dachboden noch ein paar Tonnen aufgetautes Gyros steht, seit Brüssel mir vor drei Wochen den Saft abgestellt hat. Russland bringt als Zündstoff 1000 Perl ranziges Heizöl für die Fritteuse in den Deal ein. Warschauer Pakt war ein Scheiß dagegen. Sag mal, hast du trotzdem vielleicht ein paar Milliarden Euro über? Ja, ich muss regelmäßig was in der IWF-Parcour reinschmeißen. Sorry, bin selber pleite, aber ich kann ja heute Nachmittag mal den Snowden an die Amis verticken. Sehen Sie im Anschluss die Handwerker-Serie, wie man als Psychopath ein ganzes Land renoviert. Heute Irak. Studiogast ist Dick Cheney. Ha 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 ha!